Hallo und herzlich willkommen aus Brüssel, liebe Facebook-Begleiterinnen und liebe Facebook-Begleiter. Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Woche über 1000 Likes auf meiner Facebook-Seite erreicht haben. Gerade durch die sozialen Medien und durch Facebook kann ich meine Arbeit in Brüssel, in Straßburg, aber auch in Sachsen-Anhalt und Deutschland aktuell erklären und miterlebbar machen. Ich erlebe aus direkten Gesprächen und Reaktionen von Ihnen und Euch, dass durch Facebook dazu beigetragen wird, das oftmals weit entfernte Europa ein Stückchen verständlicher zu machen und selber auch mitzuerleben. Bleib weiterhin kritisch dabei im Austausch mit mir und meinem Team, sei es über das World Wide Web oder in persönlichen Gesprächen oder Anfragen oder in Bürgersprechstunden. Und bis dahin alles Gute und ich freue mich auf den nächsten Post. Bis dann!